Willkommen zurück bei Bildungshacks, dem Format für Methoden rund um Bildung im digitalen Wandel, von der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Gamification. Diesen Begriff habt ihr bestimmt schon mal gehört. Dabei werden Elemente, die man eigentlich aus Spielen kennt, auf andere Bereiche übertragen, zum Beispiel Gewinnen und Verlieren, Punkterwerb, Belohnungen oder auch Strategien. Das Prinzip der Spielifizierung, wie man es auf Deutsch übersetzen könnte, spielt in der Bildungswelt schon lange eine große Rolle und hat durch den Distanzunterricht noch mal zusätzlichen Auftrieb erfahren. Wird die Lernerfahrung dadurch intensiviert oder könnte die Reflexion von Inhalten zu sehr in den Hintergrund rücken? Laut Statista spielte im vergangenen Jahr ein Viertel der 6- bis 13-Jährigen täglich oder fast jeden Tag Videospiele. Das Spiel Minecraft, bei dem der Fokus auf der Erkundung von Welten und der Erschaffung von Bauwerken liegt, ist nach der Fußball-Simulation FIFA dabei das beliebteste. Wie wir schon in der Folge zu Social Media im Unterricht festgestellt haben. Gute Methodik in der Lehre kann bedeuten, sich mit den Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler auseinanderzusetzen und direkt dort mit Lerninhalten anzuknüpfen. Darüber sprechen wir heute mit Lukas Obhalden. Er ist Medienpädagoge der Stadtbibliothek Minden und dort für den Bereich Gaming zuständig. Hallo Lukas. Hallo Feli. Lukas, wie sieht es denn speziell mit Beispielen für historisch-politische Wissensvermittlung in Form von Games aus? Was kannst du da empfehlen? Ja, konkret auf historisch-politische Settings angelegt sind beispielsweise Serious Games wie Through the Darkest of Times, ein Spiel, was in der NS-Zeit spielt. In der sehr populären Spielreihe Assassin's Creed gibt es aber auch beispielsweise die Möglichkeit, durch historische Schauplätze wie das alte Ägypten oder das alte Griechenland zu laufen. Und so kann ich hier geschichtliche Bezüge verstehen. Ja, das klingt total spannend, aber auch ein bisschen kompliziert. Wie sieht es denn aus, wenn ein ganz einfaches Online-Spiel ausreichen muss, das auch jüngere Schülerinnen und Schüler in kurzer Zeit verstehen können? Was gibt es da? Wir können zum Beispiel das Spiel Gartik vornehmen. Ein Spiel, was nach dem Prinzip von Montagsmaler funktioniert. Jemand schreibt einen Satz auf und die nächste Person muss das nachzeichnen und wieder andersrum. Ah, ich kannte das bislang nur von Kindergeburtstagen, aber das gibt es jetzt auch digital und für politische Bildung. Ich finde, das funktioniert digital mindestens genauso gut. Und ich kann ja den ersten Satz direkt auf ein bestimmtes Thema beziehen, wie beispielsweise die Bundestagswahl. Der Lerneffekt kommt dann hier aus der assoziativen Wahrnehmung bestimmter Begriffe, wie das Wort Wahl. Was weiß ich schon darüber und wie würde ich das eigentlich visualisieren? Ja, das klingt nachvollziehbar und auch interessant, aber was ich mich gerade gefragt habe, besteht nicht die Gefahr, dass sich die Lernenden am Ende viel mehr auf das Spiel konzentrieren als auf die Inhalte. Manche sprechen in diesem Zusammenhang ja von der sogenannten Zombification, wo am Ende nur noch das Punktesystem eine Rolle spielt. Oder wie siehst du das? Der volle Fokus auf das Regelsystem kann natürlich dazu führen, dass man den eigentlichen inhaltlichen Blick so ein bisschen verliert. Aber deswegen ist es auch wichtig, dass Spiele im Kontext von Bildungsarbeit immer nur als ein Element neben anderen Methoden eingesetzt werden, wie ich finde. Dass man komplett in eine Welt eintaucht, kann aber in meinen Augen auch gerade ein Vorteil am Spiel sein, weil ich mich so wirklich zu 100 Prozent auf das, was im Spiel passiert, konzentrieren kann. Also du meinst nicht wie sonst, dass man irgendwie spazieren geht, nebenbei noch einen Podcast hört, eine Nachricht schreibt und auch die E-Mails checkt. Genau, beim Spielen ist das so ein bisschen anders. Und wenn ich dann noch beim Spielen Lerninhalte vermitteln möchte oder wenn es um Lerninhalte geht, werde ich da ganz anders motiviert, also intrinsisch von mir selbst aus, um mich mit diesen dann auseinandersetzen zu können. Also lernen, ohne dass man es direkt merkt. Geht das nur für den Lernstoff oder was wird durch den Spieltrieb vielleicht noch gefüttert? Spielen ist ganzheitliches Lernen. Durch das Zusammenspielen wird beispielsweise, ja, Teamfähigkeit trainiert. Beim Spielen, die im dreidimensionalen Raum sind, lerne ich aber auch zum Beispiel räumliches Denken. Ich lerne in digitalen Spielen Medienkompetenz und logisches Denken wird in den meisten Spielen auch geschult. Und was natürlich auch super spannend ist, in Spielen kann ich in verschiedene Rollen schlüpfen und kann in einer Als-Obs-Situation Dinge ausprobieren. Das heißt, es trainiert auch irgendwie den Umgang mit Scheitern, mit Frustration und zeigt mir für das reale Leben Strategien zur Bewältigung von Fehlern. Erfreulicherweise findet ja das gemeinsame Leben und Lernen Stück für Stück auch wieder in der realen Welt, also Face-to-Face statt. Lassen sich digitale Spiele mit analogem Unterricht irgendwie verknüpfen. Klar, das funktioniert, finde ich, super gut. Wir können zum Beispiel das Spiel Minecraft nehmen. Hier kann man ganz tolle Projekte machen. Man guckt sich beispielsweise einen analogen Raum an, also ein Gebäude, einen Ort und versucht, den dann mal in Minecraft nachzubauen und muss dann da natürlich überlegen, wie das funktionieren kann. Oder wir nehmen das Spiel Pokémon Go, was ja vor ein paar Jahren noch super beliebt war und immer noch viel gespielt wird. Ein Spiel, wo ich auf dem Smartphone spiele, was aber mit der realen Welt verknüpft ist und als sogenanntes Location-Based-Game betitelt. Du hast es ja gerade schon angesprochen, vor einigen Jahren hat Pokémon Go einen riesigen Hype ausgelöst. Als Lernspiel ist es jetzt aber weniger bekannt. Richtig. Das Spiel selbst hat vielleicht im ersten Blick nicht den großen Lerneffekt, auch wenn ich vielleicht lerne, mich zu orientieren. Aber wir können das Spiel ja auch mit beispielsweise einer Stadtrallye verknüpfen, wo ich historische Gebäude mit einbaue. Ah, okay, verstehe. Sag mal, hast du vielleicht noch ein paar Tipps für uns, wo sich Lehrende noch weiter informieren können? Ja, klar. Beispielsweise das Angebot Spielbar.de von der BPP, eine Website mit Spielrezensionen, Eindrücken von Veranstaltungen und auch verschiedenen Tipps. Ein ähnliches Format ist das vom Spieleratgeber NRW, auch eine Website mit tollen Tipps zu digitalen Spielen und allem drumherum. Und wer jetzt auf der konkreten Suche nach Methoden für den Unterricht ist, der geht auf die Seite digitale-spielewelten.de, ein Angebot der TH Köln und der Stiftung Digitale Spielekultur und sucht sich da ganze Unterrichtsmodule raus. Also Module, die komplett zu einem bestimmten Thema Spiele mit einbetten. Beispielsweise gibt es da ein Unterrichtsmodul zum Thema Fluchterfahrung, wo digitale Spiele dann auch mit analogen Methoden verknüpft werden und ich so das Thema mal ganz anders umsetzen kann. Danke dir, Lukas. Das war auf jeden Fall sehr hilf- und lehrreich. Super, bis dann. Ciao. Wir haben euch unter diesem Video natürlich alle von Lukas angesprochenen Spiele und Anlaufstellen nochmal verlinkt. Auch Games, bei denen es auf den ersten Blick nicht so scheint, können für bestimmte Unterrichtsformen ein tolles Mittel zur Vermittlung historisch-politischer Inhalte sein. Lasst eure Lernenden jetzt direkt im Wechselunterricht über digitale Spielewelten in Kontakt kommen oder macht den nächsten Klassenausflug zur digitalen Schnitzejagd. Probiert euch aus und habt bestenfalls in dieser stressigen Zeit etwas Spaß und Abwechslung gemeinsam mit euren Schülerinnen und Schülern. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback und Anregungen für weitere Folgen. Ihr erreicht uns über die Kommentarspalte, über Facebook, Twitter, Instagram oder schreibt uns direkt per Mail an redaktion-at-werkstatt.bpb.de. Die einzelnen Folgen von Bildungshacks werden jetzt auch nach und nach auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Sommerpause und sind ab September wieder für euch da. In der nächsten Folge geht es dann passend zur anstehenden Bundestagswahl um digitale Tools zur Demokratiebildung. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Wir sind raus für heute. Ahoi!